Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skarim. Und wir suchen unseren scheiß Magier. Magier? Hallo? Magier ist nicht da. Okay, dann benutzen wir mal den Verzauberungstisch und entzaubern diese... Perfekt. Verzauberung. Gegenstand. Da. Jeder Arm schien. Verzaubern. Schießkunst. Mächtiger Seelenstein. Wirken 18% höheren Schaden. Ja, herstellen ja. Hallo, hier. Kann ich noch einen Gegenstand verzaubern? Den Goldenen Ring. Einmal einhändig. Fetten sagten 18% höheren Schaden. Oh, das stellen wir auch nochmal her. Dann machen wir noch einen... ...einen goldenen Hals... ...eine Juwelen-Halskette, ja. Bitte, wir wollen ja auch ein bisschen Stil haben. Und setzen da auch nochmal Schießkunst drauf. So, dann können wir nämlich jetzt uns... ...mit den Sachen ausrüsten. ...zack. Und... ...wo war noch der andere Ring? Da. Jetzt haben wir ein bisschen Power auf den Teilen drauf, ja? So, Zauberer, wo bist du denn? Da ist der... Der hat nur 500. Naja. Wieso nicht? Na? Jetzt können wir die noch so verkaufen. Komm. Wenn ihr die... ...in letzter Zeit hattest... ...ir wollt also die Arkanen Künste meistern. Habe ich noch vergessen, noch was zu kaufen, natürlich. Gucken, was der so hat. Ja, das übliche. Hm, Gewicht 1, Fram, mir das... ...Schaden pro Sekunde von... ...Brennen ziehen da. Feuerblitz. Feuerblitz. Schein... ...Feuerstoß. Feuerstoß. So. Und dann verkaufe ich noch ein bisschen was. Hier. Die beiden aber nicht. Vergesst nie, dass euer Verstand eure schärfste Waffe ist. Ja. Ähm. Deshalb lese ich jetzt das Buch. Feuer, Arne. Tonchenbeschwüren. Und wir gehen wieder raus. Na, weil es läuft. Na? Schön. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr Erfragen. Das sieht ja schon geil aus. Lasst mich euch die Macht von Talos Sturmkrone zeigen, der aus dem Norden kommt. Was ist denn hier noch drin? Kann ich hier vielleicht irgendwie was verkaufen oder so? Die Dame hier. Hallo, Kind von Künarit. Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Ja, ähm. Komm. Dankeschön. Die Gnade von Künarit sei mit euch. Was wollt ihr, Kaiserlicher? Hm. Doch in letzter Zeit bin ich eher eine Krankenschwester als eine Priesterin. Ich pflege ein... Ja. Interessiert mich jetzt gerade nicht so sonst. Aber egal. Ich kann nämlich jetzt eine neue Stufe machen. Ah, ein bisschen mehr Magika, glaube ich. Das kann ich mir so schlecht. So, Redekunst. Habe ich noch immer nicht Level 30. Naja, Redekunst ist auch nicht so meine... Das ist meine... Sache. Das wäre geil. Mehr Stellung. Veränderung. Verzauberung. Sind 60% wirkungsvoller. Frost. Seelensteine erhältn. Zusätzliche Magika zum Aufladen. Feuerverzauern von Waffen und Durstung sind... 25 Prozent wirkungsvoller, Frost, Sturm, das Zwei-Zauber auf ein Gegenstand wirken, boah, das ist geil, Seelengreifer, Tule schwimmt aber nicht bei mir und zieht seiner Seele und lädt damit Waffen auf. Schmiedekunst. Du kannst elf Fische doppelt so effektiv machen. Boah, jetzt muss ich wieder hier denken und so und das ist so nicht so schleichen. Sperrte, Meister. Adapts sind viel einfacher zu knacken, ja, das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Vielleicht automatisch ein Abbild des Schlosses. Boah, zack. Du kannst Schlöcher knacken ohne entdeckt zu werden. Du findest mehr Goldstücken. 50 Prozent mein beim Empfinden weniger Beute, du kannst schlafen. Fest geöffnet. Okay, die Triche zerbrechen nie. Da sind schon geile Sachen dabei. Allerdings würde ich sagen, Verzauberung, ne, Schmiedekunst. Boah, Schmiedekunst doppelt so effektiv. Ganz Stahlrüstung. Stahlrüstung brauche ich aber nicht. Im Moment brauche ich das nicht. Muss ich ehrlich sagen. Schießkunst. Er fordert 60, er fordert 60. Er fordert 60, er fordert 50. Er fordert 50. Ah. Das lohnt sich hier alles nicht. Was genau? Echtung wiegt nichts. Für was soll ich das jetzt benutzen? Ich nehme einfach mal, äh, ich würde sagen, einhändig. Streitkolben. Nein! Was habe ich gemacht? Eingriff mit Schwertern haben 10 Prozent die Chance. Okay. Dann nehmen wir mal das. Effekt. Ja. So. Ja, habe ich jetzt mal eben ein paar Minuten verplempert. Gut. Dann, äh, laufen wir mal zur nächsten Mission. Und laufen wir von da aus. Wieso auch nicht? Wieso auch nicht? Nein, ich hätte gerne mal einen Bogen. Objekte. Jetzt bezahlt ihr! Hallo. Bei den Göttern, nein! Gnade! Von wegen. Gnade. Gnade! Du hast mich meiner Stahlpfeile beraubt. Du bekommst keine Gnade von mir. Oh, die haben nicht schon gesehen. Und das ist die Leicht. Gut. Perfekt drauf. Der war jetzt daneben. Na. Ach ne. Hallo. Böse. Jetzt bringen wir... Hallo. Stopp. Mist, ich hab hier gar keine... Ach ne. Nein. Wieso nur? Nein. Ach, Mist. Dumm gelaufen. Ziemlich dumm gelaufen. Ziemlich, ziemlich dumm gelaufen. Und mal Karte. Ja, dann laufen wir eigentlich einfach direkt dahin, ja? Ja, ja. Dann laufen wir direkt dahin. Dann haben wir auch keine Probleme mehr mit den Leuten. Oh, ich bin ein Idiot. Ich hätte noch Sachen kaufen sollen. Schönen. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Ach. Ach, nein. Ach. st st vorhin der Himmel sieht geil aus ich muss sagen auch wenn das Spiel irgendwie mit der mit der Weitsicht Probleme hat sich leider nicht bis jetzt behoben das ist noch nicht behoben ja wo ich bis jetzt noch den Fehler noch nicht gefunden habe sieht das Spiel geil aus ach ne es ist ja ich muss ja gegen Leute kämpfen ne ich muss wieder zurück ich muss wieder zurück ich bin ein Idiot ich muss nach Weislauf oder oder zu irgendeiner Mine ne ich muss nach Weislauf um mir noch ein paar Tränke zu kaufen oder ja müsste ich eigentlich ja ist natürlich super äh äh e e m haben wir hier überhaupt den äh magier das weiß ich jetzt gar nicht ich hab gerade ganz was benötigt ihr mein Freund Schmuckstücke Krimskrams solche Sachen nur was zu essen eine bitte vergesst nicht täglich frisches Obst und Gemüse zu essen die besten Stücke vom frischen werft einen Blick darauf Salz ja hab ich halt ein bisschen Salz gekauft aber was macht der Drache wieder hier hier kann man ja nichts geht hier auf die Jagd auf den Ebenen vor Weislauf wimmelt es nur so von wild ich brauche irgendeine Seuer Schopf das ich ausprobieren möchte werdet ihr in nächster Zeit wild essen? ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten eure gute Tat des Tages tun ja meine Freundin Maven und ich ihr habt sie in Riftern doch kennengelernt nun wir kennen unseren Platz in dieser Welt und auch den Platz der anderen ich habe gerade massiv Performance Probleme also tut mir leid aber so kann ich nicht weiterspielen habt ihr euch schon als Söldner versucht? nein vielleicht genau das Richtige für euch aber du kannst mich noch trainieren manchmal fehlt mir das Soldatenleben ich kann euch ein paar Dinge beibringen gut ich habe kein Gold mehr nein ach scheiße nun gut okay dann würde ich sagen ab hier bis zum nächsten Mal und haut rein ich kann jetzt auf jeden Fall nicht mehr aufnehmen weil ich keine Performance mehr habe ja haut rein